Anni im Chat, wenn Bart dann richtig und nicht so ein halbtoten Chihuahua wie im Gesicht wie Perry gewollt ist. Halbtoten Chihuahua. Nur der Neid. Spricht einfach nur der fucking Neid aus den Leuten heraus. Ganz klar. Klaro. Du meinst ganz klar. Fandarau. Ah, verstehe die Anspielung, Alter, high five, high five. Fandar gekauft. Alter, schimau. Aua, ich hab mir voll mein... Ich hab rausgetappt, den Leuten. Aaaaaaah. Ja, was war bei der Knie-Scheibe-Cousasa-Splitter? Chihuahua. 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 Chihuahua, nein, ich will dich nicht töten. Chihuahua. 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 Chihuahua, du hast dich doch gekillt. Nein, nein, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Nein, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Chihuahua. Chihuahua. Weil da eine Leiche oben liegt. Ich war's wirklich nicht. Okay, da oben lag eine Leiche direkt im Smok, wo ich lange laufen bin. Das musst du gewesen sein, eigentlich. Nein, Alter, Alter, jetzt. Und dann muss das stattf humor, oder? Wow, ey. Alter, nein. Jetzt, 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 jetzt. Ich war's wirklich nicht. Weg schnitzelt, ey. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Weg schnitzelt. Schönes Wort, übrigens. Dafür wieder jemand. Weg schnitzelt. Bad luck, Brian. Ich bin gerade erst hier hochgefahren. Panda. Ich glaube, es ist Panda. Einer von euch muss da oben gewesen sein. Ich fahr's nicht. Ja, ich war nicht oben. Wow, okay. alles klar wer schafft es der traiter ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin es echt großer ich umschieße dann ja gibst du noch jetzt kommt es kommt nicht gefressen woran ist denn voran ist dann gestorben wie kann man nur so sein wie du jan alter du weißt ja die logischste schlussfolgerung geht auch vollkommen auf dass er mich umgelegt mit dem satz von ich sag noch ich sag noch mit dem satz und ich habe mir mein habt ihr eigentlich für einen hass gegen mich alter jede runde 10 sekunden lebe ich tot das ist doch nicht normal hat er jetzt zu mir gefallen töte mich nicht in den ersten 10 sekunden man ja und er glaubt es ihm auch noch ich habe wirklich keine shotgun wechsel mal die waffe wechsel mal die waffe wechsel die waffe klar warum sprichst du einfach runter aber warum hat er dich nicht einfach gezeigt war jetzt traiter oder was kann ich mir nicht vorstellen na ich gehe gucken hier liegt jemand das ist wahrscheinlich der cruiser oder kann das ja genau von panda panda oder chris bist du traiter peric nein ich bin kein twitter dann ist panda und chris hast du chris gesehen ja der ist im bücherregal ich bin im bücherregal ich bin im bücherregal wo ist der über mir ich bin hier bei feuer ich bin hier beim fernseher ich bin hier beim fernseher der ist hier nicht sein der kämpft hier irgendwo also hier unten im bücherregal ist der nicht bist du sicher dass der hier unten ist oben ist der oben der ist oben irgendwo ich habe den gerade gesehen der ist oben der ist bei dem bei dem dvd regal bei dem bei diesem griff von dvd receiver der ist hier was zum teufel was ist was mit dir der ist hier oben der ist hier oben hör auf auf mich zu schießen alter ist doch voll gut gedacht von chantau der chantau hat durchblick was der peric davor hat ne hat er nicht ich fang einfach an direkt ja gut fang einfach an ja und ich hab dich getrottet also ich hab schon gewusst ja ja die retourkunde schon mal wieder hast du gesagt was du gesagt aber das ist halt das ist halt das ding ne klar das ist halt der versuch eines roleplays ne und nicht einfach ich hol mal die arfe raus und knall einfach mal alle weg und den anderen schieß ich einfach mit der schrotwitte den kopf ab ausgepackt hätte mich sofort umgeballert hätte gesagt das hat mal weil er die pampel hatte deswegen habe ich gesagt kommt ich bringe es runter und ich denke ich habe mal und es ist schon wieder von an die an ach nee da war ich mir das vorher mal kristin der hat kristig gedacht oder was ja 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 ich habe schon dreimal auf der leite du gehst weil er wie peric während meine leiche läuft noch so drive by panda kill und dann noch so sagt man danach so über die rote ich bin nachgucken flupp so so mir war ok ja klar das nimmt man roleplay so einfach so drive by panda der klärner ich hab da schon wieder so ein was im gefühl woher willst du wissen wann meine eier gelehrt werden ich bin gestatt irgendwo alter was hier los alter da ging mir was ab alleluia wer ist da oben drauf chris ich bin hier oben drauf der auch immer am schachtbad ist kommt nicht zu mir ich habe hier und nicht auch noch eine leiche unten auf auf dem auf den dingen zu auf dem wir heißen darauf die schub auf den schubladen von unterm bett auf den schubladen auf den schubladen unterbomben wo da bist du bist du da doch kann da ist es kann doch jetzt ist es handel und klärmeinig alles klar wenn er es schon so saß dann sind sie hier dann seid ihr drei ja wenn ich schon tausende da wenn ich ihn sehe junge dann blüht es pump gern kugeln ja weil du auf Twitter bist ist auch berechtigt ist okay muss man jetzt nicht ohne die gar nicht wenn die rakete wieder so verdammt kacke ist warte mal wunderschön wunderschön hier die Todesursache wie du die Todesursache quasi anbietet so hollo 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 andere kollege ist im negohaus ich bin echt gekriegt alter mit der ich war auf einmal mega ich war auf einmal mega stuck und bin irgendwie keine ahnung ich konnte dann auf einmal wieder laufen bin zu weit gerannt und war tot kall ein bisschen der luft gespawnt oder Achtung, ich werde jetzt nämlich Traitor, yo, nice. Der Dumme ist immer wenn du stirbst hast du einfach keine Waffen, alter. Der Dumme ist eher, wenn Traitor anfangen sterben, dann sind sie tot. Bitte? Ich komm hier nicht hoch. Hast du grad versucht mir so ein Drive-By-Heads? Da ist so ein 360, bam, no scope in den Kopf. Das wär's schon gewesen, ne, sagst du? Das wär's gewesen. Wie ich jetzt bei Panda versorgt, warte? Ich hab' immer 10 Meter. Wieder hoch. To the window! To the wall! Alter, ich komm da nicht hoch, ne? Hier ist Smoke. Ey, gut sah. Wie geht's dir? Mann, Alter, ich bin Tade. To the window. Erik, was machst du so direkt hinter mir? Der hat dich angestickt, der hat dich angestickt. Ich hab' nichts gemacht. Ich muss mal eben woanders hin. Kurzer, renn mir nicht hinterher. Bleib bei dir, du lädst es auf. Was lade ich auf? Geh weg von mir, alter. Ne, 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 ne. Window! To the top! To the wall! Oh, d, 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 d. D, 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 d... Das war das Discount beseitige nicht, dass wir hier auf dem Beruf rankommen, ne? das ist natürlich an lackieren dass ich die hinterher rennen muss dass ich aufgeladen hast du echt auf ihn gedacht dass er es ist er hat mich wirklich ist die geht um ein erinnern dass auch wie es schon er hat er er geht gut so dass du bist also ich habe also der verständnis hat das ist damit anverstanden dass die presse vom kleidballer und dann hätten wir jetzt noch schon taugt ist und tausend nur 80 prozent später und ja ich glaube das schon taus ist ja 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 also der aufworteilig ist der safecoin nicht ich wills nicht also ich wills nicht der erste der sagt der hat sich zählt das ist wie quasi der erste der bei der burg ist und sich zu schützen beim fangspielen ja ich ziehle du ziehst auch auf mich hä ich ziehle auf euch alles klar jetzt nehmen nur noch die traitor und ich du hast mich angelogen ich hab dich gefahren ich bin es wirklich nicht ich frage dich ob du traiter bist du sagst nein ich bin ich auch nicht haben dir deine älter damit nicht beigebracht der klick alter ja 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 klar ich sah auch richtig gefährlich aus seiner ecke gebückt der übelste unschuldige und er kommt einfach rum guckt mich an und schießt mir kopf ja ja genau das wäre bestimmt passiert ja nur das problem ist ja mann ach nein ich habe gesagt ich bin nicht in nur acht mann menschen es ist mir aber ein malheuer passiert der mensch wieder mal manchmal passieren mir sachen da denke ich mir nur hätte ich nur mal intelligentere teammates aber zum glück spieche ich habe schon so die leiter und ich bin jeder und alle hallo 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 ich gerade ja ja komm hier komm mir an die ecke ich möchte was machen mit dir bist du bist du in nur noch ich bin kanina ich möchte man guck mal hier an die wand weil ich okay gucke guck an die wand ich gucke ganz schnell an die wand gehen wir mal ganz nah an die wand ja ich war ja ich mache ich mache jetzt was tolles ich glaube er hat mich angegibt das war nicht mit absicht das habe ich das habe ich mit meinem krassen brain habe ich das einfach noch mal kalkuliert das kann nur noch ein anderer daumen gewesen sein ja kann aber da muss passen als gewesen sein ich habe das kann man weiß noch alles klar das alles klar das alles klar das alles klar das klick würde ich sagen der andere ist auch noch auf der etage hier nimm die arme doch ich bin bei dir er ist im bücherregal zweite etage also erste etage meine ich natürlich klose klose kann ich dir nehmen ja klar ja wo ist sehen alter ich sehe halt nix Ja, wo ist mein Herr Pony? Wow! Was? Ist nicht dein Ernst, Jan! Oh mein Gott! Alter, das war der größte Traum... Hanna, der Kultus hat ungefähr 10 Sekunden hinter dir, ne? Ciao! Ciao! Vor allem, da dreht er sich auch nach oben und klickt ihn weg, das war das Geilste! Holy shit, ey... Ja, kann man mal machen, oder? Ich seh das einfach gar nicht, dein Ecker! Klar, ich hab einfach nur darauf gewartet, dass du es tust, genau! Naja, klar... Irgendwann kommt der... Irgendwann kommt der... Kommt mal die Runde, an der ich mich rächen kann, weißt du? Und dann... Wenn ich mal irgendwann nicht mehr innocent werde, so wie jede Runde... Ja... Nee, das machst du willst nicht, Peric. Sorry, das musst du nur mal sagen, aber ein bisschen überzeugender... Ah, Peric, ist es wirklich? Klar, du hast mich wieder einfach so... Jaaa... Selvgehör, du bringst dich um... Peric ist Traitor... Wie viel AP hast du noch, Peric? 34... 34... Ja, das geht ja noch... Peric... Wieviel hast du jetzt? Leute, das ist Peric... Wie viel hast du denn jetzt, Peric? Peric ? 30... Ich bin schon... Wie viel hast du? Harry, du bist nur Traitor... Ich bin kein Traitor... Versprochen! Zeilt die Reden neben mir... Oder was? Sprichst du... Wallis, ich bin nicht down... Und nachladen... Warte, ich muss nachladen, schon tausend... Okay, warte... Oh scheiss, ich bin tot! Nää, doch nicht... Oh scheiss ich bin tot, oh scheiss ich... Ääääääääääääh... Drive by click! Ich weiß nicht ob der Traitor war oder den... Hu! klar ich würde sagen wir machen stellen uns jetzt gegenüber und ich schieß wir schießen uns gegenseitigen kopf okay drei warte stehen ja ich bin auch am stehen du hast ein baby nein habe ich nicht hier ich habe eine diegel man jetzt film mal deine base hier bestell ich doch vor ich möchte nochmal wiederholen nein peric sorry aber das war zu künstlich das sagst du jede runde und jede runde bin ich inno und dann denkst du dir naja ich hab's direkt gekollt weißte colt von acht runden acht mal trader wird einmal trader ich hab's gewusst ich war keine ahnung kann man kann das wenn du mich das nächste mal calls einfach so klar dann muss ich dich leider wieder vernichten ich würde meinen das ist so schön ich habe auf dich geschossen ich glaube ja gleich kommt wieder die übelste geile übelste geile holzaktion wieder raketenwerfer und tut fack jan ernsthaft das hast du gerade die schlecht war das denn bitte jan warum hast du denn einfach christ mit neben uns abgeknallt ja da muss ich schon das ist schon taub panda ja okay das ist schon taub ne lol ich hab den panda in der ecke einfach weggeschlitzt und dann willst du da hinten in die ecke um dir in eine waffe zu lassen vor allem ging die runde auch schon wieder so lange jetzt hat er 20 sekunden oder stehen drei leute auf dem haufen raketenwerfer das ist auch glaube ich kein zufall dass chris und roleplay mit beides mit er beginnt körper das tut ja gar nicht echt nicht ich verstehe das nicht letzte runde und werde ich traiter nein natürlich werde ich kein traiter weil das dem behindert ist hallo ich knall jetzt irgendwo rum hallo alter wieso werde ich denn immer nur ich habe echt das gefühl ich habe irgendwann umgestellt anbieten ja 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 warte mal klar zögert klar zögert warum zögerst du auf einmal klar ja weil das sieht es weil du in das ist weil er der traitor ist weil er der traitor ist weil er der traitor ist halt wirklich wo ist klar wo ist klar da oben alles klar ok klar ich will rennen ich renne da habe ich geschossen oah nein da würde ich auch niemals tun in der ding c jungen klar ich habe chris weg gemacht chris war's wer ist der andere ist der letzte wo bist du zeig dich du meinst die runden gedange oh mein gott oh oh team Alter jetzt kommt der jetzt kommt der jumpshot ich geh 10 euro dass ich den treffe ja ja ich bin ja ja ich bin ja ja aber das ist ein Baby-Lounger Fuck! Neeee! Hanna! Ich bin's nicht! Bitte! Ich bin's auch nicht! Du weißt es auch nicht! Wir können ruhig darüber reden! Wir müssen jetzt nicht hier irgendwie nur Sinnes-Brenaten an und herwerfen, weil das ist einfach nur... Alter, wie will er mich jetzt noch finden? Das geht gar nicht! Du hackst! Weißt du den Wallhack? Aber lass mich voll weg, weil er nur alle drei Sekunden... Jetzt hat mir nicht so... Hast du die passende Musik? Also ich bin nicht im Schacht! Ich meine eigentlich die Fahrschuhmusik! Die hab ich nicht! Schade! Und der Roleplay-Preis geht an... Griff!